Mmmmm, dadam, 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 mmmmm, mmmmm, mmm, mmmmm, mmm, mmmmm, Minecraft. Geuliches Kreuz. UHRAAAAH!!! Pssst! Jetzt, da ist die Gruppe so gut ausgerüstet wie die andere Gruppe und die sind wesentlich weiter. Und die haben das Zeug wesentlich besser bekommen. Und das ist kein Witz, ja? Das ist mein voller Ernst. Ha. Wir sind auf der Höchstjufe. Was Besseres gibt's nicht. Ich werde die Ringe aber dennoch behalten. Wer weiß, was ich dennoch brauchen kann. Wie so ein Messi irgendwo. Ja, ich behalte jetzt noch ein bisschen. Den kaufe ich mir. Au, die Verfluch... Ah, ich habe nicht genug Geld. Habe ich das schwitze Amulett schon gekauft? Ah, das kann ich gar nicht kaufen. Okay. Rollenspielgott und sei Dank. So, du hast Lust, dass... Und du kriegst den Harpien-Schnabel. Der hat eine Bedrohung von elf. Zwei und von eins. Der von einundzwanzig. Okay. Oh, stimmt ja. Ich muss ja den... ...Gegenstand... ...Bürger noch eskortieren. ...Hab ich ganz vergessen. Wieso, wieso. Ha. Ah. Weil jetzt wollte ich eigentlich mit der Hauptkuss weitermachen. ...Toch, wir haben noch muss beschützt werden. Da, da, da Gefahr, die Gruppe wird angegriffen von Fledermäusen, die scheiße sind. Ja, ey. Gut, wieder zu Hause zu sein, oder? Vielen Dank, meine Familie, so glücklich. Glücklich! Na, ich kann nicht euch fressen, hm? Na, oh, oh, oh. Da, das hat sich etwas behindert angehört. Glücksarmulat, personfkritische Zweifel, blablabla. Der dritte Ring generiert 6 HP. Kriegt er, weil er braucht das Amulett unbedingt, einen kritischen Trefferwert von 21. Okay. Und das, was ich gerade getan hab, äh, was ich so gerade, oder gesagt, ja, was ich gerade gemacht hab, war, Adolf singt. Na, 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 na. Weiß Adolf singt euch hier was schlecht an, aber egal. Bruder des Königs, ihr gebt euch zum Bergtempel. Ihr seid schon, schon zu späte. Schöpfe, du darfst bereits dort sein. Wir, wir sind unterwegs. Geil, zum Bergtempel. What the f- 77 Gold müssen mich verarschen. Ja, mein Handy hat vibriert. Neue Nachrichten im WhatsApp, oder? Das beschweren wir sich auch noch, warum meine Englischlehrerin sich jetzt übertreibt. Oh, Yeti. Da wusste ich doch, dass das ein Yeti ist. Grrrr, ich bin ein Grisly Yeti. Lass mich was Neues probieren. Halt die Fresse und hau deine Monster raus! Ich deute den Yeti jetzt mit meinem Schwert. Fuck! Spalten! Spalten! Da lasse ich keine Gnade walten! Und er hat gesagt, beim Spalten lasse ich keine Gnade walten! Genau! Das passt doch so! Könnte ich Gesundheit rufen, aber es würde mein Bruder nicht hören. Weil der einfach zu weit weg ist. Naja, ein guter Vater ist auf jeden Fall, dass er gerade das in seinem Zimmer ist. Er kann wenigstens nicht hören, wie ich jetzt. Äh, so etwas behindertes gerade mache. Wo er behindert. Nein, ich mache es so, wie ich es immer mache. Einfach Suppe! Ich mach das richtig! Suppe! Ich klopf mir auf mein Bein. Das wird man wahrscheinlich nur unschwer nicht, äh, nur unschwer sehr stark wahrscheinlich hören. Eigentlich nicht. Ich hoffe es zumindest was uns nicht gehört. So. Schlag! Ich will die kritische Trefferschaft beim Krieger eigentlich unbedingt erhöhen. Weil, wie ihr gerade gesehen habt, kann er da mal bis zu 200 Schaden damit, äh, einen guten Angriff machen. Mit dem Schlag. Oh! Ein EP-Trank! Oh, du bist niedrig bei den EP hier. Nimm den EP-Trank! Mh, 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 mh. Mh, mh, mh. Ja, Burgabendlicht, Jaaaaaaaah. Jaaaaaaaaah! Junge. Oh, wieder Krabz. Wieder Krabz. Wieder Krabz. Oh oh Hä, warum sind da so viele Wachen? So Palastwachen? Eher gesagt Stehe ich nicht ganz Nein, ich weiß nicht was das so welche sind Außer, dass sie aussehen wie Palastwachen Okay, jetzt muss ich weiß nicht dass ich noch in Englisch was machen muss Sonst also eine BK zeichnet Okay, jetzt dachte ich jetzt bitte draußen regnen Aber du das nicht Ah Jede Nacht schlägt die Gefahr Bergtempe, Soldat Achso Jetzt kommt's Spürt ihr das auch? Nein Spürt ihr das auch? So eine irgendeine Art von Pues dann, ich spür die Gegenwart Eine dunkle Macht, seht euch vor Dann steht so ein schwarz irgendwo in der Ecke Aha Kampf Schwarze Ninja Furcht erscheint ein Schwarzer Ninja Er ist ebenso tödlich wie kampffbereit Was gibt mir z雞 upp? Hast ihr Crack genommen oder so? Warum? Warum tut ihr das so? Als würde ihr unter Strom stehen. LOL Wie kann der sich einfach mal heilen? Der springt zweimal so behindert hoch so. 104 Alter! Oh, jetzt habe ich den außerdem mit dem Fallschnecke angegriffen. Behindert oder so? Das dulde ich nicht. Zatsch! Ja, Amulette-Spieler. Cool. Hey, nun ging weg, der wirkert. Datenkämpfen. Ah. Murrrr. Na, was? Nur 99. Schaden. Keine 100. Hm. Tot. Den Berg der Prisolder. Victory! Oh yeah! Hm, 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 hm. Heute gehe ich mal wieder richtig ab. Aufwachen. Ähm. Schwarzer Ninja. Nein! Ich bin Schweizer! Irgendeine Art von Macht! Schwarzer Marke. Schwarzer Marke. Hier wären wir also Auge um Auge. Ich habe die Energie aller Penant-Paper-Artefakte meiner in mich aufgenommen. Ihr könnt mich nicht mehr. Ihr könnt nichts dagegen an mich ausrichten. Ach, wirklich? Uh, uh. Deshalb bleiben die Artefakte in den anderen Tempeln alle noch am Platz. Schwarzer Marke. Begrüß den Tod! Die Gruppe wird angegriffen. So richtig behindert aus. Vor allem, der hat vier Augen. What? Welcher Marke hat bitte vier Augen? Feuerball. 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 Komm! Irgendwo finde ich das schon. Hier so Diskriminierung des Slendermans, ja. Der kommt ja mit seinen Tentakeln. Genauso wie der gute Slenderman, also. Aber der hat Augen. Und so eine olle Kapuze. Und sieht aus wie so ein behindertes Stück Scheiß. He. Das ist Diskriminierung. Vielleicht ist das auch einfach nur eine Art Verarsche-Version. Wobei. Ich bin ja. Ich bin ja. Wir sehen uns auf das Video. Ich bin ja. 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 Oh, der Stamm ist auch wieder richtig behindert. Schwarzer Magier, jetzt reicht es. Du solltest diese Welt für ein und ein allemal verlassen. Schwarzer Magier. Die Welt geht unter und zwar jetzt. Hier liegt die wahre Macht. Also er sieht ja richtig behindert aus. Er hat acht Augen. Und das ist noch diskriminierender des Slendermans. Wie er unten noch so einen Mini-Tentakel hat. Ah, super effizient. Der Widerstand auf alles. Er hat einen göttlichen Widerstand. Wie kann man einen göttlichen Widerstand besitzen? Kann keine Widerstand gegenüber der göttlichen Ordnung haben. Das ist nicht gerecht. Ich erhebe Anklage gegen ihn. Ich erhebe Anklage gegen ihn. Ich erhebe Anklage gegen ihn. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist auch richtig schwach eigentlich. Ich hätte ja nicht diese Widerstände drauf. Hätte die Widerstände nicht drauf, dann hätte ich den schon lenkt platt gemacht. Oh, ist er tot. Und noch diese allen Tentakeldinger dann wegmachen. Ach so. Oh, wir haben gleich 21 Uhr. Ich sitze jetzt da an einer, da ungefähr, weil eine Stunde und 20 Minuten dauert. Also wenn ich fertig bin, dann werde ich wahrscheinlich, äh, brennen. Damit ich gleich noch was habe. Wobei, ich müsste dann auch nur Paravolt weiter aufnehmen. Bei Paravolt bin ich aber etwas, äh, mehr so, äh, ermutigt oder so. Oder ermutigter oder was auch immer. Als bei Nice of Pen & Paper. Irgendwie nehme ich Paravolt lieber auf als Nice of Pen & Paper. Obwohl Nice of Pen & Paper einfach richtig gut ist. Lag vielleicht daran, da ich bis, ungefähr jetzt, bis zu diesem Punkt mit den anderen schon gespielt habe. Oder ich bin mit der anderen Gruppe. Kann auch dran liegen. Ja, ich bin mit der anderen Gruppe auch schon zu weit. Ich habe aber mit denen nicht weiter gespielt. Wobei doch, ich habe einmal weiter gespielt, er war ein Freund bei mir. Und er wollte das, er wollte wissen, wie das so ist mit dem, äh, oder wie das, was das Nice of Pen & Paper sein soll. Und da habe ich es ihm gezeigt, er hat ihm aber nicht gefallen. Verstehe nicht, wie kann einem Nice of Pen & Paper nicht gefallen? Ich finde das überragend. Wie konntet ihr nur? Irrk! Jippie! Wir haben, wir haben den Schwarzen Maier besiegt. Der Sieg ist unser... Ähm... Meister, was geschieht denn hier? Wow, ähm... Was ist denn das? Seid ihr okay? Schatz und Marki. Dachtet ihr wirklich? Es würde... So einfach sein. Was, ist der Schatz und Marki etwa hier im Zimmer? Ich habe euch alle nur benutzt, jetzt kann ich zwischen den Welten reisen. Hier bin ich. Danke, Sterbliche. Ihr habt gute Arbeit geleistet, aber jetzt ist eure Zeit abgelaufen. Jetzt ist es an der Zeit, dass ihr vernichtet werdet, damit ich über mein neues Reich herrschen kann. Nicht... Nicht so schnell anscheinend. Habt ihr eure Pen-and-Paper-Magie im Gepäck, was? Als du unsere Welt betreten hast, wurden unsere Charaktere real. Du machst überhaupt nichts. Du machst überhaupt nichts zurück mit dir auf den Friedhof unserer Abenteuerkampagne. Ja, und zwar sofort. Ihr seid schon so gut wie Joe. Oder von tot? Keine Ahnung. Superficient. Victory. Vier Gruppen im Piss. Warum bin ich in dieser Welt so schwach? Nein, Mensch, in der Platte. Astrein. Wir haben es geschafft. Westland. Die Welt ist gerettet. Der vierte Ring. Habe ich den dritten Ring überhaupt schon bekommen? Gleich mal nachschauen. Ich habe den dritten Ring nicht bekommen. Oh, dafür muss man Level 32 sein. Oh, dafür muss man Level 32 sein. Okay. Jetzt verkaufen. Das brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Nein. Nein. Nein, habe ich ihn nicht. Okay. Der Silberring und die verfügte Maske gekauft. Und die kriegt jetzt er. Aber ich habe die Kristallarmuless überhaupt mal gekauft. Ah, ja. Für 17 Gold. Aber denke ich mal, dass ich sie gekauft habe. Also. Worum geht denn jetzt? Reisen wir zum Bergtempel. Dann reisen wir noch zum Bergtempel. Mist, du hast uns teleportiert. Aber wir haben immer noch viel zu viele Quests zu erledigen. Entschuldigung an alle. Ich hatte nichts erwartet. Dass der Inhalt der Geschichte sobald aktualisiert werden würde. Mein Führer, ich teleportiere gleich zurück zum Bergtempel. Okay, erledigt. Wollen wir weitermachen. Astrein, lass uns fortfahren. Oh, jetzt habe ich was auszusehen. Okay. Alles klar, weiter geht's. Questland. So, wieder auf Chor. Okay. Reisen sind die Zauberinnen von der Ostküste. Aber Leute. Wie immer. Sind wir fertig. Wollte noch zu diesem Punkt hin. Spielen. Und ja. Wie immer. Natürlich. Bewertet den Part, je nachdem wie er euch gefallen hat. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst gegebenenfalls noch ein Abo da. Und natürlich. Sun Bros. Praise the Sun. Jau. Bis zum nächsten Mal.